so dass es gemütlich ist so freunde ich habe mein eigenes mail krieg mal du oh ja Ich kann nicht immer mehr aufhören. Ich kann nicht immer mehr aufhören. Ich kann nicht mehr aufhören. Ja. Hahaha. Metteljum, warum hört man dich nicht? So, Freunde. Ich weiß nicht, ob du uns doppelt hören weißt, aber ich glaube nicht. Ah, das fühlt sich nach Freiheit an. Freiheit! Ah, Titel habe ich kein Ding gemacht, warte. Wir probieren... Das ist wichtig, dass wir das nicht weitergeben. Ich kann nicht mehr aufhören. Ich kann nicht weitergeben. Das ist für ein Bedeutel. Du kannst nicht mehr aufhören. Das braucht mich nicht mehr aufhören. Das war das ist ein Bedeutel. Das ist ein Bedeutel. Das ist schon gesund, gell? Nur mal so. Was geht? Nur zu deinen Info, ich habe jetzt nicht eingefügt. Für 3000 Kanalpunkte kannst du jeden Monat, wenn wir Sub verlosen, kannst du teilnehmen. In jeder Winkel. Jungs, hört mal ein Storbild. Wie Mikrofon haben wir? Warte. Jungs, verzeiht unsere Unproblemlichkeit. So, wir probieren. Kommt Twitch rüber, ich habe keinen Bock, 50 Sachen. Ich kann nichts lesen. Wie Twitch? Professionell. Komm schon, Lütven. Hier spielt... Hallo! Hier spielt... Servus! Ihr Pachacken! Mit welchem fangen wir an? Zitrone? Pfirsich? Oder Rot? Wir machen Schersteinpapier. Für was bist du? Äh... Rot. Ich bin für auf jeden Fall... Erste Geschmack will ich Zitrone, digga. Ich liebe es. Zweimal, wie viel Mal? Dreimal noch. Dreimal. Schersteinpapier. Warte. Sag dir mal, dann eins, eins. Schersteinpapier. 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 Sieg dir zwei, eins. Schersteinpapier. Zwei, zwei. Schersteinpapier. Sieg dir schon wieder gewonnen, digga. Das kann doch nicht sein, Mann! Auf jeden Fall. Was ist das jetzt? Auf jeden Fall. Also, standard, voll. Ganz normal, Tetrapak, nur klein. Designmäßig, meine ich. Also, von Design ist... Farbe und so. Gut, oder? Wurte halt nicht viel mehr gegeben, aber... Meinst du? Ja, voll. Ohne ich Talie gehört. Ich bin dabei 7. Ja, okay. Ah, ich bin dabei. Ah, geh. No olcak. Hast du erwartet, dass da jetzt Design wird, oder was? Was geht ab, Leute? Hey, hier, zum Beispiel. Ohne ich habe mich gar nicht so gemacht. Ich habe mich nicht zu sehen. The only haben wir körperchen. Ich habe mich gar nicht beschreiben, wie wir wollen. Ich habe mich gewonnen. Ich habe mich nicht zu sehen. Ich habe mich nicht zu sehen. Das ist das nicht zu sehen. Ich habe mich aber nicht zu sehen, was ich mir zu sehen. Beobachtet jetzt, guck mal, hier ist, hier ist TikTok, hier ist Twitch, YouTube, wie kann ich heimlich meine Eier kratzen, Digga, überall Kamera, ich bin mir nicht sicher, ob das es war, was du gebracht hast, ich bin mir nicht ganz sicher. Top Qualität. Bunlar keşke görse ki bizim gördüklerimizi ama görmüyorlar. Ich will definitely say, şu yukarıdaki sağdaki var ya. Senin burunla benziyor. Göze, göze. Böberi de görmüş mit dem Allah. O an neydi, guys muss Katnick komischisch, kanisch. Ey man. Ciao, girls. pass auf mich auf hab euch lieb gehört wir sehen uns genau scheiß auf die jungs dankeschön danke das riecht wie die kaprizone ein bisschen süßlicher wie noch was kaprizone noch süßer erst mal danke an john brock an der stelle für die kleine kostproben paket vielen dank bruder weiß zu schätzen oder ich finde recht gut nicht süßer als cup ach so kapri die alten habe ich probiert aber behindert probier mal jetzt und bewerte mal ganz anders so wie es riecht aber angenehm schmeckt das schmeckt schon echt angehörter oder das ist kein energy das ist eistee ich finde sehr angenehm ja gebe akür kein schleim kein nachschleim kein probier auf jeden fall noch mal ja das geht gut runter das würde ich sogar rauchen wenn es geht von 1 bis 10 schon 10 also weil weißt du warum es ist überhaupt zero oder zucker die neuen sorten von gönagy jetzt machen wir demnächst dann abonniert uns habt ihr mal oder das ist geld spaß ja wollen wir auch noch machen aber eins nach dem anderen zum glück haben wir die alten gönagy erst mal probiert ja sicher ich finde wer sub sieht hat keine werbung dann sub dann was soll ich sagen jetzt ich hört man auch oder ja das höre ich ja egal werbung ah wir hören uns selber warum hallo nein digger wir haben vergessen auszumachen und keine deswegen haben die Das habe ich schon gehört. Hörst du dich? Ja, weil das hier an ist. Na, dann testen wir das. Das ist schon fast fertig gemacht, Digga. Ja, weiß gar nicht. Warte, also rot. Sag ich 10 von 10. Definitiv. Ich bin nicht immer übertreiben, 10 wäre zu perfekt. Einfach. Digga, wenn du das im Sommer trinkst, klak, 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 klak. So schnell fertig. Nun, ich habe es richtig gemacht. Weißt du, was ich meine? Warte, warte. Warte, du brauchst es. Sieh. Dezent. Wieder zu viel, wieder zu wenig. Aber ich merke gerade nach Geschmack, ganz leicht, aber nicht übertrieben. Also das würde ich auf jeden Fall mehrmals kaufen, Alter. Und Zero, das ist mit Zucker. Aber wenig Zucker. Schmeckt auf jeden Fall geil. Finde ich auch. Sagst du Pfirsich? Nein, machen wir als erstes Zitrone. Zitrone, Bruder, ich sage dir. Zitrone ist behindert. Abgelaufen? Nein. Mit Backerl kann man nie wissen. Tschüss. Effekt, mach Effekt. Riecht auch voll angenehm. Ich liebe die ganze Zitrone. Ich finde irgendwie fast alle Zitronen, die schmecken fast alle gleich. Das probiere ich jetzt mal. Esmela. Ja. Alles gleich. Voll geil. Ähnlich nach anderem Eisteel, wo ich es so im Kopf habe. Aber es ist geil, Digga. Ja, ich liebe... Du meinst... Also ich... Ja. Ja, Kischel war nice. Richtig ruhig. Das ist schon... Natürlich... Zitrone halt säurelich. Ich liebe es. Ich bin verrückt danach. Also... Ich muss noch mal ein bisschen probieren, Digga. Kann man echt gut noch mal. Ich liebe es. Trink, Lea. Ich mag's. Was sagst du? 1 von 10? Äh... Ich sag so... 6, Alter. 7. Zitrone ist gar nicht dein Ding? Ja. Ganz kurz. Wer... Wer von euch mag mehr Zitrone und... Oder... Pfirsich? Von Eisteelsorten. Zitrone... Pfirsich. Mega sogar. 1 für Zitrone, 2 für Pfirsich. Wir haben so 300... Nachbarn denken... 300 Zuschauer Ding. Vollblut-Streamer. Ja. Super Zuschauer seid ihr auf jeden Fall. Danke für die Antwort. Ein herzliches Dankeschön. Weißt du was? Ich mit denen seit Jahren durchmache. Ich rede gegen die Wand. Aber tust du als hätten die geantwortet. Ah, siehst du? 1, 2... Ah, jetzt, jetzt, jetzt. Ah, jetzt, jetzt. Also mehr. Ich finde... Ne, man. Wenn du so überlegst. 5050. Napius bist an meiner Queen. Ja. Der hat sich genug gesehen. Was ist das? Ich habe irgendwelche... Engelsgeräusche gehört. Auf jeden Fall... Okay. Den gebe ich auch 9. Kirsche habe ich gegeben, weil es echt Ball Ball war. Und ich gebe jetzt... Okay. Ich gebe 8,5. Kirsche kann man auf jeden Fall weiter empfehlen. Obwohl mein Lieblings Zitrone ist. Es gebe ich 8,5. Aber weil es auch normal so säurisch ist. Kirsche ist. Ja, gebe ich Butter. Wir machen weiter mit... 4,5. 5,5. Das schmeckt bestimmt. 4,5. 4,5. Sucht, Tee vergleicht... Digga. Ich finde... Alles, was ich diese 8, 10, 20 Stück gekauft habe, alles getrunken. Ich wollte damals angeblich Video drehen. Aber die genauso. Wir haben gerade nicht probiert. Wir haben alles fertig gemacht. Da ist noch so Reststück gerade. Bei allen dreien drin. Das riecht schon intensiver. Ja, aber du liebst auch Pfirsich. Boah, das ist... Ich weiß nicht, aber das ist... Ich bin halt Zitrone-Typ, Bruder. Im Gegensatz zu diesem anderen Eistee, Müller und so, diese vierklichen Soßlöscher. Es macht viel Schleim, Digga, rotst du einen Haufen Schleim raus. Viel besser, viel besser. Bei dem ist es nicht so. Nee, gar nicht. Wie Butter. Es ist halt nicht viel, es ist nicht wenig. Ich muss sagen, warte nach den Zigaretten, ich muss es kombinieren. Zum Beispiel, ich chill draußen im Sommer. Eiskühl, Ding und so. Zum Beispiel mit Nikotin und den ganzen Scheiß im Mund. Das ist nur Zweck, Rauchen ist ungesund, Rauchen nicht. Zweck, Finger. Was gibst du dafür? Kirche hast du zehn gegeben. Ja, neun. Sechs hast du Zitrone gegeben, das gibst du neun. Ja, neun. Ich geb das auf jeden Fall... Achso, man kann's trinken. Aber es ist nicht so meins. Mr. B, herzlichen Dank für zwei monatige hintereinander. Steht da. Ist voll gelogen, kann nicht sein. Ich war lange nicht mehr verliert. Aber danke für dein Abo. Ich geb 7,5. Echt? Nein, Mann, was laber ich? Warte. 8,5 hab ich Zitrone gegeben. Mindestens acht. Ja, Mann, acht. Mindestens acht. Warum acht? Weil ich Luft lassen will. Weil ich hab gesagt, neun hab ich ja Kirsche gesagt. Zitrone hab ich 8,5 gesagt. Voll unnötig. Gib ich auch neun. Neun, neun, neun. Und acht. Ja. Zähl jetzt du da auf. Also, bei der ist Kirsche zehn. Sicher. Zitrone war sechs, vierzig. Neun. Weil Zitrone ist irgendwie bissle. Schnell so meins. Verstehen Sie mich? Einfach sechs. Bruder. Zitrone, Alter, das ist nicht so. Vom Getränk her, aber ich schwör's dir, krass eiste. Kein Spaß jetzt. Wir müssen mal die anderen probieren, um Vergleiche zu machen. Deswegen lass ich Luft. Voll dich lassen, so. Aber es schmeckt heftig. Erst recht diese Kirsche. Obwohl, die Zitrone fern, Liga. Check the mic and make sure it sound right, boys.